Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario Kart 1992 erschienen, entwickelt von Nintendo EAD und rausgebracht von Nintendo, entwickelt unter anderem von Shigeru Miyamoto. Ja, das ist die dritte Stecke von fünf und ich fähle mal wieder wie so'n Depp. Ne, nicht jetzt mal. Boah, ich werd' gerade groß und... lol? Wieso bin ich wieder klein gewesen? Hä? Ne, diesmal nicht. Diesmal nicht, meine Süße. So nicht, meine Fröhnin. Nein. Ich bin zwar mit dir verlobt oder so ähnlich, aber... Ich will nicht, dass du... Sind Mario und Pichai nicht verlobt? Ne, eigentlich nicht, ne? Ne, stimmt doch eigentlich. Mario muss sie nur immer wieder retten und kriegt dafür nichts. Rechen muss sie sie auch. Was? Ich bin runtergefallen? Wieso das? Nein! Das war glaube ich noch nicht die letzte Runde, oder? Ne, Glück gehabt. Jetzt kommt die letzte Runde, ne? Ne, voll letzte sogar. Hm? Boi. Boi, Bowser, du hast mir grad voll den Wind aus den Segeln genommen. Ich komm' auch gegen alles gegen, ey. Nein. Ich drifte übrigens in diesem Part auch bisher noch gar nicht. Doch, das war jetzt das erste Driften, was ich ebenfalls versaut hab und könnte ich jetzt endlich von den blöden... ...Jomster wegkommen. Cool. Scheiße, was mach' ich? Was mach' ich? Was mach' ich? Ich muss mich konzentrieren. Komm schon, werd' erster hier. Nein, kein Ei. Kein Ei. Alles nur, kein Ei. Nein, komm schon. Vor, 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 vor. Geil! Geil! Irgendwie noch geschafft. Nice! Nein! Arschloch. Boah, das war mein Bauch. Ich hoffe, ihr habt's nicht gehört, weil mein Bauch hat grad gerummelt. Gegrummelt, besser gesagt. Ja, Mario, läuft bei dir. Du bist in irgendwas reingefallen. Komm, schon, letzte Stecke. Ja, letzte Runde. Ich schaff' das jetzt hier. Das wär' epic, weil im Test hab' ich's nicht geschafft! Ah! Ja! Danke, Röhre! Danke, Röhre! LOL! Die Röhre hat mir das grad gerettet. Nice! Alter, das ist nicht dein Ernst. War' ich zu... Wollen die mich verarschen? Decay! Decay! Ja, genau. Und jetzt ist hab' ich nämlich das Problem, dass ich keine einzige Münze hab'. Und dann passiert das, weil ich eiskalt zwischen den ganzen Münzen durch... Ich hab' die doch berührt! ...durchgefahren bin. Das können die doch nicht machen, Mann! Steinbocker kommen immer nur... Ja, genau, Banane! Oh, das war so knapp. Das ist doch nicht wahr! Das ist doch... Ich geh mir gleich beschweren bei Nintendo, dass sie dieses Spiel gefunden haben, weil ich einfach direkt jedes Mal getroffen werde. Und die sind immer unten, wenn ich da gerade bin. Und ich wollte genau auf dem Beschleunigung schleifen, was nicht funktioniert hat. Ja, genau. Bildschirm verdunkelt sich. Ich seh' nichts. Ja, genau. Ein Bildschirm hat sich einfach verdunkelt. Verdammt! Ja, damit können wir den ersten Ball abschminken. Jetzt spring doch! Ja, Mario, du fühlst dich ganz cool, ne? Ach Gott, das war jetzt auch schlecht. Jetzt hab' ich keinen Bock mehr. Hinter mir ist Pitch, hinter mir ist Pitch, wenn sie mich trifft, dann war's das. Hinter mir ist Dicker, hinter mir ist Dicker. Alles gut, alles gut. Bitte weg, groß, bitte weg, groß. Ich weiß nicht, wie man groß wird, ob man das irgendwo beschleunigen kann. Weil bei mir da das immer irgendwie lange... LOL! Sie fährt in ihren Pilz! HA! Geilst am Super Mario Kart Part ever! LOL! Ne... NEIN! Oh Gott! Glück des Todes. EIN como sich das. Da collection .. ja ... Naiec...